willkommen zu einer weiteren ausgabe archon versus friends wir haben kardilen fertig und dementsprechend wollen wir kardilen noch testen ich habe schon mal im pvp ein bisschen versucht ich habe aber irgendwie noch kein wirkliches team so gefunden deswegen probieren wir ein paar teams aus und gucken einfach mal muss jetzt natürlich einsuchen einigermaßen passt lassen wir zu viele minions ich nehme ja kein grimmel also es wird wahrscheinlich ein blau grünes team seien dementsprechend müsste ich mir jemanden suchen wenn wir blau und grün spielen können grün könnte man hier spielen bei zwei blauen au da ist neu ja nehmen wir mal hier seriously kidding so die teams kennen wir alle das team kennen wir auch so das war jetzt aktuelles titan team das nehmen wir mal raus so da ist die gute tatsächlich in denen das ist so schön in den angriffen die ich bisher gemacht habe im pvp ich habe zwei snipen das war das war mein highlight zwei sniper angriffe gekriegt sie hat auch sie war vorher geladen ja also alle hatten den deutsch zwei sniper angriffe was ist beide treffen und der held ist down war cool so also ich habe einmal das team was ich probiert habe das zeige ich auch mal das zeige ich auch mal das und das spielen wir auch zuerst das war dieses team ähm ähm wen hatte ich denn da noch drin ich glaube ich hatte da noch ein hatte ich da noch ein hitter drin wer war denn da noch drin da habe ich mir dann überlegt da wäre natürlich schön wenn man jetzt das eichhörnchen hätte als heiler ne oder ratatosker oh wen hatte ich denn da noch ein sniper oder sowas hatte ich da noch die wollte ich eigentlich nicht auseinanderreißen frick nein ich hatte frick dabei genau ich hatte frick dabei so war das so den das passt soweit erst mal ähm du brauchst du kriegst die du kriegst die du kriegst die aber das war das team was ich äh getestet hatte erst mal das nehmen wir jetzt mal gegen seriously kidding auf geht's fällt natürlich jetzt der rote gegner aber ist ja egal es geht jetzt um um team funktionen wie es läuft keine steine kriegen können wir eh nichts reißen ja aber ähm wir gucken einfach mal ich finde ich immer so schön weiß der lampe siehst du ja nicht die kugel hier vor der fresse hängen so okay haben wir schon mal hier unsere grün so jetzt das ist sehr schön jetzt können wir nämlich mal gucken wie toll sie das jetzt macht so tada gut ja das ist in ordnung so jetzt hoffen wir mal dass sie auch stop nachgehen läuft schon mal 0 von 1 2 treffen also ähm hat nicht wirklich funktioniert ne das was wir jetzt da bezwecken wollten gut jetzt sind wir sowieso so down mein kirill könnte nochmal aber kirill wird wahrscheinlich eh getroffen ja gut also das team äh funktioniert schon mal nicht so ähm aber hast du gesehen also vier vier dodge möglichkeiten hatte sie und einer hat funktioniert war jetzt nicht so der brüller ne gut das team ist vielleicht auch nicht das beste ja weil wir haben nur zwei grüne arbeiten das ist egal so dann ähm wurde mir ein team nahegelegt was auch sehr gut funktioniert was was nicht auch sondern was gut funktionieren soll da müsste ich aber einiges umbauen das ist dieses team hier der vorteil ist der vorteil ist tatsächlich ich habe ja einen zweiten kobalt und eine zweite evelyn die evelyn ist zwar noch auf 370 aber die könnte ich hochbringen das heißt dieses team könnte ich so stellen dann müsste ich nur für ariel einen ersatz finden na also dieses team so zu stellen wäre kein problem ähm ne dann lassen wir kardieren lieber das ich habe vergessen zu gucken welche mana truppe sie braucht so versuchen wir es nochmal jetzt haben wir drei grüne gegen zwei blaue und das board ist auch schon eigentlich ähm deutlich besser hier sehe ich noch die grünen ja ok jetzt sind die weg ah warte mal jetzt lass mal eben überlegen die grün haben also blau und grün zusammen so natürlich schade dass es gar schon mal auslöst aber können wir erstmal keinen killen so ähm Problem Freya 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 könnte sterben Freya wird sterben ok dann äh machen wir das anders dann nehmen wir erstmal kobalt und dann machen wir den Tiffdown so ja das war jetzt blöd gelaufen aber können wir halt nicht ändern so jetzt können wir den Dodge machen so jetzt können wir den Dodge machen müsste ich eigentlich auch mal noch ein bisschen blau finden so jetzt komm jetzt zeig was du kannst läuft äh ich verstehe das nicht ja wenn wenn ich gegen die in der Defensive kämpfe dann Dodge die zu 100% ok auch direkt gekillt also weiß ich nicht also wie gesagt ich habe ja das Beispiel gesagt ähm dass ich da in den äh dass ich das Match ja gewonnen hatte und deswegen mal alle Specials drauf geballert habe ne was habe ich da gesagt ich glaube von 8 Zielen die getroffen wurden haben 6 gedodged oder sowas dann guck dir das an wie das bei mir hier läuft läuft irgendwie nicht so doof oder nicht so nicht so gut ne läuft eher doof so dieses Team hat jetzt funktioniert weißt du was dann nehmen wir uns jetzt mal ein anderes einen anderen Gegner thank you seriously kidding Emilio ja das passt doch auch glaube ich oder ja nehmen wir den let's go Mr. Freya Freya chill so ähm wir haben hier grün wir haben da grün wenn wir die so alle spielen dann machen wir uns auch nicht die blauen kaputt so können wir hier irgendwie komm blau ja perfekt gut natürlich jetzt äh mit dem mit dem Board Glück aber es geht mir in erster Linie darum wie dieses Team ob dieses Team zusammen funktioniert so wir machen das ähm Dingens weg das Schild jetzt können wir hier drauf gehen jetzt haben die zumindest nur den normalen Devdown ich würde ja tatsächlich gerne weißt du was ich könnte jetzt Onyx killen ja aber ich will das ja sehen dass sie dass sie dodgen kann dafür dafür muss er sterben dafür muss er sterben so ich mach jetzt extra die damit Odin jetzt noch auslöst vier vier werden getroffen was ist denn und er ist kaputt was ist das denn für ein Schmuck jetzt mal ganz ehrlich das ist ja das ist ja echt scheiße wofür habe ich denn bei der Rollen hier beschworen Viertmark offen alter will die mich verarschen ah jetzt kannst du ausweichen aber ja das ist ja also weiß ich nicht offensive und defensive sind ja völlig andere Welten ich habe es immer nur für Gerüchte gehalten aber scheint echt zu stimmen so dann können wir hier die noch machen okay also das Team ist gut das ist nicht schlecht das könnte man tatsächlich sich überlegen merken wie macht sich das denn wenn wir da gegen ich versuche jetzt mal gegen eine Bera gegen drei Ninjas ich suche eigentlich eine Bera ja hier ist eine Bera die da würde ich aber eigentlich mit Gelb eingehen aber weißt du was komm Mr. Beefy let's go ok grüner Diamant ist schon mal ein guter Start ist jetzt die Frage ist das jetzt repräsentativ Problem ist jetzt Frick wird nicht viel machen weil wir halt keine grünen mehr so wirklich drauf haben aber wir gucken einfach mal es geht ja jetzt in erster Linie wir wollen ja das Dodgen untersuchen hmmm erstmal die blauen hier dann haben wir den Kobold geladen ok so dann würde ich tatsächlich sagen wir hauen erstmal Sim weg so einen Attack Cup kann ich mir jetzt nicht leisten da so jetzt Dodge warum das Schöne ist bei drei Steinen sind sie jetzt geladen ja das ist alles wunderbar aber warum dodge die olle Kuh nicht also warum dodge da keiner warum will das keiner machen ja bei drei Steinen sind die geladen das ist natürlich ähm schon extrem krass ne so aber du kannst mir doch nicht sagen dass sie einfach nicht dodgen ich habe 45% Chance in der Defensive hat sie 90% Chance habe ich noch einen Angriff ja dann nehmen wir Altair ja komm so jetzt ein neuer Versuch kann doch nicht sein dass sie nicht dodgt also sie dodgt ja schon aber in so einer niedrigen Frequenz das ist ja albern da brauchst du den Hell auch nicht für ähm ich hole mir die blauen hier mal zusammen das war jetzt nicht so geplant nehmen wir erstmal die blauen vielleicht kommt hier ok da kommt auch blau dann machen wir erst das hier ok ok Odin feuert alleine dann soll Odin mal eben feuern wir können das heilen ok danke hier da werden zwei blaue zusammen es geht aber auch direkt rot in sie rein Elisabeth will ich noch nicht unbedingt rein natürlich mach das so dann oh nein 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 so lösen sie natürlich alle aus rg3 um schön dass wir uns Kobalt aufgehoben haben war ich gut gut das ähm lief einfach nur doof hätte ich Kobalt vorher gefeuert wäre das auch nichts gewesen aber Deathdown von Finlay Elisabeth und Kobalt das hält kein Team aus ja das ist undiskutabel das geht nicht ähm es wäre krass wenn man das aushalten würde äh ja also was ist ähm das Resultat aus 5 mal Freundschaftskampf Berlin ist eigentlich scheiße es hat es hat die funktioniert so wirklich ja also ähm dann auch in dem Kampf gegen Bifi mit Meister Lampe da haut der Evelyn raus also ähm bei jenzigem Stand bin ich nicht sehr beeindruckend muss ich tatsächlich sagen also ähm 45% Chance ja das äh wird nicht aber scheint mehr zu werden wenn sie in der Defensive steht ich verstehe das wirklich nicht ich weiß jetzt nicht vielleicht hast du gezählt wie oft sie ausgewichen ist aber was das für ein Prozentsatz war aber der war scheiße der war echt scheiße ähm ja keine Ahnung jetzt wenn man so mit ihr spielt ähm würde ich sagen äh muss nicht unbedingt sein das war echt toll aber offensiv taugt ihr irgendwie nicht so ah no Defensive habe ich Frick also ist sie eigentlich unnötig ha 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 nein ich weiß nicht vielleicht ähm Pech keine Ahnung ich weiß es nicht ich weiß ich weiß wirklich nicht woran das liegt dass sie ähm in der Defensive anscheinend so overpowered ist und in der Offensive so ein kleines wie ein kleiner Lakai der da kommt so ein kleines Pflänzchen nur ist das muss ich nochmal testen also ähm das eine Team muss ich echt sagen es schmerzt mir das zu sagen ja aber Leo hat mir das Team empfohlen he 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 nein Spaß beiseite äh nein das Team mit Frick Evelyn und äh Kadilen kam von Leo und ähm er spielt das so weil ich kann es halt kopieren das wäre halt ganz ruhig und er sagt das funktioniert halt sehr gut bei ihm hier hat es jetzt auch gut funktioniert ähm natürlich das Board war auch nicht schlecht ähm ja aber wie gesagt ich kann es erstmal so nicht spielen weil ich will halt Kobalt nicht in aus dem Grimble Team rausreißen ja weil das ist ähm hast du gesehen die letzten Kriege ja also die die letzten beiden da war es extrem ähm in dem vorletzten Krieg war es vier Züge dann war der Gegner down in dem anderen in dem letzten Krieg hat es auch funktioniert also da da will ich nicht dran rumspielen ähm das Team kann ich aber stellen dann wäre Frick auch mal wieder offensiv dabei ähm wäre definitiv eine Überlegung wert mal gucken kann ich hier schon wieder keine Nahrung Mist ich mache sie natürlich bis zum Ende Emblem habe ich ja kostet mich jetzt nur 1,6 1,7 ja roundabout 1,7 1,8 irgendwie sowas dann Nahrung noch ähm ja muss man muss man am Ball bleiben ja vielleicht muss ich mit ihr nochmal reden oder so ähm dass wir da mal vielleicht nochmal das Dodgen trainieren oder so keine Ahnung aber so dieser erste Eindruck war echt äh scheiße traurig aber wahr naja gut vielleicht wird es in der Zukunft besser wir werden sie im Krieg werde ich sie wahrscheinlich einsetzen ähm offensiv und dann mal gucken wie sie unter Wettkampfbedingungen ja jetzt so Freundschaftsmatches vielleicht hat sie da auch äh abgeschaltet keine Ahnung vielleicht ist sie aber on point im Krieg wer weiß wir werden sehen Freunde vielen Dank fürs zuschauen macht's gut Ciao und dann